So, und da sind wir nun auch wieder im Haushalt Keks. Und da ist irgendwo ein Pferd. Pferd? Wo ist denn dieser Ackergaul? Ackergaul, Ackergaul, Ackergaul. Ach, jetzt mal kurz Pause. Gucken wir mal. Ackergaul? Gaul? Irgendwo muss doch hier ein Pferd sein. Ich hab das doch wieder gehört. Äh, ach nee. Wir drüben. Da drüben ist ein Pferd. Oh mein Gott. Wie sieht das denn aus? Na, was für eine Mischung bist du denn? Egal. Egal. So, äh, Alter. 26, ja, in 26 Tagen. Ja, super. Ja, das heißt, ich muss mal kurz mal wieder was an der Einstellung machen. Das ist wahrscheinlich, als sich da wieder was verändert. Dabei hab ich doch das alles ausgeschaltet. Ja, ist ausgeschaltet. Ja, ist ausgeschaltet. Mal gucken. Ich muss mal gucken wegen Belohnungen. Ähm, nein. Okay, er kommt schon knapp dahin. Also, die kommt schon knapp hin. Und weiter geht's. Ja, und ich hab einfach ein herzliches Salute vergessen. Und wir haben ein neues Sofa. So, ähm, ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Moment mal, haben beide frei? Jetzt müssen wir mal gucken. Haben beide frei? Haben beide frei? Was denn da? Äh, drei Tagen bis zu Musetag. Und wir haben kein Pool. Naja, macht auch nichts. Die hat ja auch... Moment, sie ist Lockvogel. Hääääh. Ach, egal. Wo ist dieses Pferd? Da ist es. Hat noch Äpfel geklaut. Ja, verbiestisch. Hau bloß ab. Ja, hau ab. Komm nicht wieder. Ach, und da kommt das nächste Vieh. So. Ja, ich seh gerade, da sind jetzt Äpfel. Ja, sind jetzt erntereif. Kannst du dich mal holen? Sei nicht so faul, du Dämme. Ach, sie ist wach. Sie ist wach. Na gut. Wir können mal eines machen. Und zwar trainieren. Ja. Los geht's, Mädel. In Zuneigung, Hand beschnüffeln? Näääh. Na, der hat ja echt ne Laune. Ey, was ist das denn? Oh, jetzt geht's. Sieht auch schon so gestresst aus. Moment. Moment. Ich bin schön. Ah ja, sie ist schön. Sehr gut. Jetzt hat sie ein bisschen mehr sportliche Fähigkeiten dazu bekommen. Können wir mal gleich gucken. Ah, Handtank, Hygiene, Hunger. Sie hat auch gleich Hunger, aber nee, noch nicht. Wir warten erst mal. Wie sieht denn... Oh, schon wieder so eine Versiffung. Oh, iiuiuiui. Das ist ja widerlich. Ach, äh, nee. Zähne putzen, Hände mit... Nee, du gehst einfach mal, ähm, gleich duschen. Was zur Hölle. So, Di. Dein Auftrag. Wach heute mal auf. Sei nicht so eine stinkfaule Tomate hier. Ah, Moment. Das soll... Äh... Ja, die Fahrgemeinschaft kommt gleich. Und die musste auch noch jetzt aufstehen, äh, kochen. Ja, es haben sich noch mehr Leute gemeldet, die auch gerne dabei sein wollen. Der gute Hell Gaming hat gesagt, ja, ich möchte dabei sein. Mach mich zu Vampir. No problemo. Oh, wie komparte das. Können wir gleich machen. Oh, und die mal wieder ganz schick. Oh, sexy, würde ich mal sagen. Sexy. Oh. Ja, du kannst dir gleich ein paar Äpfel zu Frühstück verdrücken. Äh, irgendwie schon. Sie hat einen vergifteten Apfel und eine mehrere Anzahl von Äpfel. Äh, vergiss es. Du gehst jetzt erst mal Pizza aufwischen und, ähm, auch mal gleich duschen. Du stinkst in Ilte zu echt. Ja, ach, okay, vergiss es. Kannst du das mit den Pfützen aufwischen? Ja, geh. Äh, nein. Ah, verdammt. Ah, fahr jetzt zur Arbeit. Los. Fahr zur Arbeit. Mit der Hopsten. Yay. Sie ist angeekelt. Okay, ja, ist ja gut. Wir räumen ja gleich auf, du, du, äh, du, äh, ja, geh jetzt zur Arbeit. Ja, kurz später, geh jetzt zur Arbeit. Ja, geh, geh, los, mach hinne. Heute noch. Mann. Ach, weißt du was? Ess mal einen Apfel. Sobald du damit fertig bist. Essen, Apfel. Kannst du auch gleich den Nächsten fressen. Mal gucken, wann. Ja, er ist jetzt scheiße glücklich. Kann er von mir aus sein. Sie stinkt wie ein Elch. Naja, ist schon kein Problem. Ja, friss einen Apfel. Ja, friss schon einen Apfel. Ja, ladet etwas Energie auf. Nee, du wirst jetzt nicht Computer spielen. Nee, 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 nee. Du malst jetzt weiter. Fortfahren, los. Mach dein Meisterwerk fertig. Und weh, es ist scheiße. Oh, ich darf ja das S-Wort, das böse S-Wort nicht mehr hier sagen. Ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse es mit Absicht, ich weiß. Und weh, es sieht doof aus. So, nachdem du das erledigt hast, benutzt du mal Klo. Gehst du duschen. Dann können wir mal ein paar Sachen hier mal verkaufen. Ich glaube, den Computer brauchst du erst recht nicht. Es sei denn, noch mal zur Jobsuche. Aber was willst du schon sein, bitte? Was willst du schon sein? Ich weiß, du willst Held des Tages sein, ne? Du willst Held sein. Kriegst der aber nicht. Komm, mach hin. Na also, deine Bilder werden jetzt etwas besser. Hoffentlich. Oh, was ist das denn schon wieder? Ach, du kannst nicht malen. Du bist echt eine Nulpe. Ich hasse es jetzt schon. Ach, Mann. Du bist echt eine Nulpe, was das angeht. Deine Freundin, die sieht ja auch nicht gerade perfekt aus. Sie ist ja kurz vorm Verhungern. Moment, wann gehst du überhaupt arbeiten heute? Nicht, dass du zu spät kommst. Ach, um 15 Uhr hat der her erst. Ach, da hätten wir doch schön schlafen können, ne? Ja, komm. Kannst noch einen Appel fressen. Ess einen Appel. Und dann gehst du ab in die Haier. Äh, Nickerchen machen, Bett machen, entspannen. Ne, mach mal ein Nickerchen. Ja, wie lange willst du noch duschen? Meine Güte, das ist Wasserverschwendung. Du, du, du. Ach, verschwindet es hier in ganzen Ozean. Kannst mal auch gleich was später lesen, ne? Ein bisschen Lektüre. Nein, was ist denn jetzt schon wieder angestellt? Du Sau. Pfütze aufwischen, los. Oh, das ist ein Chaot. So, und als nächstes. Ja, kannst du ein bisschen spielen. Das ist immer deine Lieblingsbeschäftigung. Los, geh spielen. Ja, brav machst du das. Wir gucken mal nachher, was Tatsumaki macht. Ich hoffe mal, der Gute ist irgendwo hier in der Gegend. Ja, er freut sich. Er ist ein Computerfreak. Äh, scheiß Rechenleistung. Mann, was ist das für eine Grafikkarte? Oh, verdammte Axt. Ja, ziemlich blöde Grafikkarte, ne? Ja, das ist echt doof. Oh, da hat jemand eine Mülltonne umgeworfen. Ja, gucken wir mal, was die anderen machen. So, erstmal kurze Pause. WDS-Fahrgemeinschaft kommt gleich. Hä? Was ist denn da? Ach, nee. Sommerspiele? Na, geiles Ding. Ja, da kann Tatsumaki gleich mal sehen, was hier passiert. Ja, ich muss mir noch ein paar Erweiterungen kaufen. Und zwar habe ich noch Traumkarriere in Aussicht. Und welches noch? Gott, das will nicht. Ich weiß jetzt nicht nur, wo Tatsumaki wohnt. Ich glaube, das war eine Nähe eines Friedhofes, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Klingeln, da wohnt sowieso keiner. Ne, nochmal raus. Ja, weiß der Geier, wo der jetzt wohnt? Hier? Ne, das kann er sich nicht leisten. Ach, ja. Ich bin ein bisschen müde. Tut mir leid, wenn ich mal ins Mikro gehne. Oh, Mann. Wohnt er hier? Knautschgesicht wohnt hier. Wohnt hier? Die Rogers. Vegan-Zimmer, Kameran. Oh, okay. Das will ich aber nicht. Oh, wo wohnt denn der ganzen... Wo wohnt er denn jetzt? Oder habe ich ihn hier gar nicht reingefügt? Goodfellow? Ne, ehrlich mal. Wo habe ich Tatsumaki hingetan? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie kommt mir der Sound auch ein bisschen laut vor. Da muss ich nochmal kurz drehen. Sound-Einstellung. Aber eigentlich ist das schon recht leise. Gut, haben wir schon mal fertig. Ach, jetzt ist es perfekt. Ist ein bisschen leiser, aber egal. Das hört sich schon echt akzeptabel an. Ach, wo ist er denn? Knautschgesicht wohnt da. Ja, das weiß ich jetzt. Und die Rogers wohnen hier. Da wohnen die Vegans. Ich muss mal ein paar Leute hier rausschmeißen. Ne, ehrlich. Ich muss wirklich ein paar Leute hier mal rausschmeißen. Die dürfen hier gar nicht wohnen. Von Gold. Oh. Ja, von Gold. Na, was für ein Mistkerl. Hat so eine tolle Wohnung. Und ich müsste echt was trinken. Ich habe schon einen Frosch im Hals. Okay. Ja, ich kann einen Tatsumaki nicht finden. Wahrscheinlich ist er irgendwo anders. Ich weiß es nicht mehr. Werden wir ihn nachher irgendwo reinfügen. Keine Ahnung. Ja, der hat ja echt Spaß. Ja. Beschissene Grafikkarte. Ey, was ist das denn für mies? Ich könnte schwirren, ich habe ihn irgendwo... Ja, toll. Spiel noch ein bisschen GTA. Oder was auch immer du da spielst. Wie geht's dir denn? Oh, hygienemäßig. Total mies. Äh, machen wir mal... So, machen wir mal einen Nebenjob. Aber sie kann ja auch so gut wie Politikerin werden. Karaoke singen. Sie möchte befördert werden. Athletik verbessern ist auch okay. Was möchte die? Die? Ein Geist möchte er sehen. Ja, okay. Level 4 erreichen. Maler. Okay, künstlerischen. Und? Ja, die. Jetzt ist Schluss. Kein Computerspiel mehr. Ja, was machst du denn noch? So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich den guten Tatsumaki hingetan habe. Weiß ich ehrlich nicht mehr. Höchstwahrscheinlich müsste ich das nochmal einstellen. Oder? Keine Ahnung, was ich da machen müsste. Wahrscheinlich werde ich es später machen. Offscreen. Hm. Erstmal sehen. Okay. Was macht... Achso. Der fällt jetzt zur Arbeit. Und wo ist die Olle? Die stinke... Die stinke... Äh... Stinke Frau. Ach, die arbeitet gleich gegenüber. Na, was für ein Dreck. Und sie stinkt wie ein Iltis. Ja, habe ich doch gesagt. Sie stinkt. Lebenswunsch von Ayumi sind Alchemie-Künste? Na, super. Dann habe ich ja kein Alchemie-Labor. Und außerdem, warum zum Teufel ist sie denn jetzt... Ich frage jetzt besser gar nicht. Ja, am besten sie kündigt mal gleich ihren Job. Wäre vielleicht optimal. Ich meine, das mit den ganzen Verbrecher-Karriere-Dingens ist nichts für sie. Ja, jetzt läuft hier alles schneller. Schneller, schnell, 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 schnell. Okay. Und sie ist... Oh, aufgestiegen. Wie viel... Ayumi... Oh. Als Taschendiebin ist jetzt... Oh, nee. Ja, fahr nach Hause, Mädel. Fahr nach Hause. Bei einem Shit-Tag. Hast nicht genug verdient für einen Tag. Nee, überhaupt nicht. Na, du mit deinen Hexenbesen hier, ne? Ich glaube, wir kaufen dir nachher mal einen neuen Zauberstab. Hunderten... Nee, vergiss es. So viel Geld hab ich nicht mal. Und Madame geht erst mal frisch duschen.